Hallo, hallo! Bist du der Wurzelpeter? Erkannt! Brandenburg! Die Wälder um Brandenburg, Refugium. Und ab und zu, weiß ich ja nicht, wo die Grenze ist. Ich muss ja mal durch den See schwimmen. Es gibt ja 3000 Seen in Brandenburg. Und da bin ich in Meck-Pom, Mecklenburg-Vorgwommen. Und da bin ich schon auf nicht feindlichem Gebiet. Aber da wachsen wieder andere Pflanzen. Und wenn ich dann alle meine 25 zusammen habe, dann gehe ich hin und mache den Zaubertrank. Nachts, wenn der Vollmond scheint. Nur, wenn der Vollmond scheint. Wenn ihr so gut draus sein wollt, dann müsst ihr Wurzelpeter trinken. Ganz einfach.